Aufsehender Sturm Lucian Senna und der Neuling finden den verlorenen Wächter und wehren den Geisterschwarm ab, der sie danach angreift. Wächterhauptquartier, weit entfernt von Valorans Küste. Du bist alleine auf deinem Posten und suchst den Horizont nach Anzeichen für Ärger ab. Ein ramponierter Schoner nähert sich der Insel und legt an der Küste an. Zwei Gestalten gehen von Bord. Wähle. Hallo? Wer ist da? Hier ist das Hauptquartier der Wächter des Lichts. Stehen bleiben! Betreten verboten! Ich habe eine Waffe und werde sie benutzen! Vielen Dank! Vielen Dank.